Trifft der FC Barcelona auf Real Madrid, so wie es am Sonntagnachmittag der Fall sein wird, fällt bei spanischen Fußballfreunden nur ein Wort. Klassico. Das Duell der beiden Schwergewichte ist diesmal aber nur bedingt ein Spitzenspiel. Barca ist Tabellenführer der spanischen Liga, Real hingegen nur Siebter. Barcelonas Stürmer Luis Suarez meint, man muss natürlich die bisherigen Ergebnisse der beiden Mannschaften in Betracht ziehen, aber Klassico bleibt Klassico. Ich glaube nicht, dass jemand die Gemütsverfassung der Gegner im Hinterkopf haben wird oder dass die zuletzt nicht gut gespielt haben, denn hier geht es um den Klassico. Die Polizei beschäftigte sich vor dem Spiel am Sonntag noch mit dem Duell Barca gegen Real vom 6. Mai. Zehn Personen wurden festgenommen, denen vorgeworfen wird, für das Aufeinandertreffen im Frühjahr mindestens 2800 gefälschte Eintrittskarten auf den Markt geworfen zu haben. Dem Gastgeber der Partie, dem FC Barcelona, war ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden.